Servus! Na? Ah, jetzt halt. Anschauen, kombinieren, anschauen. Okay. Gucken wir mal was da drauf ist. Na, gut. Äh, loggen wir uns doch eigentlich als Admin ein, oder? Wir haben ja das eigentlich schon... Schon geklärt. Also i... Summers... Und es war... Ach, super. Weiß ich nicht mehr. Dann doch als Admin. Weil's mir wurscht ist. Da müssen wir wenigstens die Zugangsdaten. Tools. Oh, das ist gut. Ja. Kann ich das da einfach drauf ziehen? Oder wie ist das? Ah, sehr geil. Ist das schon des Bild? Ähnlichkeitsfilm. Oh. Es ist sehr unrealistisch. Also was hier mit diesen Legern ist, irgendwie. Was ist das denn? Hm. Ich schreibe das ganze Bild für jetzt. Aber es gibt wahrscheinlich mehr zu finden. Ja. Interessant. Aber genau sowas habe ich mir auch gedacht. Ehrlich gesagt, dass irgendeine Sichtung ist. Und die Dinger waren einfach so hell. Okay. Die kann ich denn verschieben? Kann ich das irgendwie mit den Pfeiltasten oder so verschieben? Ne. Ich kann dann bestimmte Bereiche dran zoomen. Bild analysieren. Musteranalyse fehlgeschlagen. Bitte schränken Sie die Auswahl ein. Bild analysieren. Die hellen Anomalien formen ein leicht schräges, gleichseitiges Dreieck. Kann ich denn nochmal? Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwo irgendwas zu sehen ist. Das ist vermutlich einfach ein Dreck. Aber was das hier ist, ist ein komischer Umriss irgendwie. Kein Muster gefunden. Echt nicht? Das ist einfach nur, weil das Bild zu alt ist, glaube ich. Also, was analysiert der dann eigentlich? Verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht ging es wirklich nur darum. Also um diese Leuchtkugeln. Das ist einfach nur, weil irgendwas kaputt ist wahrscheinlich, oder? Ja. Interessant. Das ist cool. So, ich gehe jetzt mal zurück. Audio-Dateien zum analysieren per Drag-and-Drop. Hier hin. Äh, hier hin. Okay. Ähm. Bin ich, äh, doof? Wartet mal kurz. Erstmal das Bildchen nehmen. Okay. Ja, ich weiß. Mich auch. Stimmt. Die Kirchenbroschüre. So, ich weiß nicht, äh, wie das funktioniert. Äh, ich kann ja, ich werde das Ding nicht, äh, hier rein tun können. Ja, eben. Äh, wegen dieser Analyse. Das ist die Boot-Diskette. Die andere Diskette haben wir ja da drauf. Ja, okay. Aber das sind eh die Ermittlungen. Das andere Ding ist hier da drin. Anrufbeantworter. Ja. Aber wozu haben wir denn dieses Stimmanalyse-Ding jetzt? So, ich kombiniere jetzt aber mal kurz das da mit dem. Ich weiß, dass man das nicht kombinieren kann, aber nur, dass sie weiß, dass ich das weiß, dass es geht. Ja. Ja. Wie ist die Kirche? Das Kirche-Logo sieht sehr ähnlich wie die Smoky-Lights. Es muss eine Verbindung zwischen der Kirche und den Smoky-Lights sein. Hm. Wegen die mit diesem BH. Ich werde das jetzt noch von ihrem Papa bekommen. Hm. Naja. Wie mache ich das jetzt mit dieser Stimmanalyse? Geht's nochmal kurz da dran? Oder ich rufe den Kleid nochmal an. Da kann ich ja so nicht rein. Ich brauche dann irgendwie Dateien da drauf, ne? Ich möchte auch keine Kassetten scannen. Ich habe hier auch irgendwie kein Aufnahmegerät oder sonstiges. Kann ich das irgendwie... Ich werde das auch nicht am Computer anschließen können. Ohne Witz? Okay, dann verstehe ich da irgendwas nicht. Bin ich vielleicht einfach nur zu doof dafür. Dann machen wir das doch so. Und jetzt kann ich wieder da dran. Mal einloggen. Willkommen, Clyde. Und jetzt scanne ich mal. Schön, dass sie das auch umbenennt. Eigentlich finde ich das echt toll. So. Ähm. Ah. Okay, Erika Wade. Let's see if we can't motivate you to hear me out. Fünf verschiedene Stimmen gefunden. Fünf verschiedene Stimmen gefunden. Im Abschnitt... Im Abschnitt unterteilt. Ja, das wäre praktisch, wenn es so easy und schnell geht. Angepasste Stimmnachricht abspielen. ... ... ... ... ... ... ... Hallo Joseph, Frau Rain. Es ist mir, Charles. Ich dachte, ich würde dir einen Anruf geben. Erika hat sie erst erst geboren. Es ist ein Junge. Dankeschön, er sieht nichts wie sein Vater. Hör, ich dachte, du würdest vielleicht kommen und besuchen. Und was über deine kleine Kathi? Vielleicht will sie das Baby sehen. Das ist ja der Charles-Wade, ne? Ich mach jetzt mal kurz Pause. Ich weiß nämlich nicht mehr, was da noch für Leute waren. Okay, damit kann ich schon mal nichts anfangen. Das ist ihnen ein Fehler. Aber wir werden halt ziemlich sicher die Stimme vom Charles nehmen müssen. Oh mein Gott. Mir ist gerade kurz das Herz tatsächlich stehen geblieben. Oh mein Gott. Ich meine, stell euch das mal vor. Aber... Da ist nicht irgendwo irgendwas. Ne, es ist einfach nur ein Fehler und dann... Warte mal. Es sind einfach nur so Schnipsel. Man kriegt davon nicht irgendwie alles mit. Na gut. Schauen wir mal weiter. Ja, okay. Ja, das wird schon das Erste sein. Oder das Zweite in dem Fall. War das, oder? Joseph, you then? It's me, Cocky. Genau, aber der Cocky ist es ja nicht. So. Und wir können da jetzt was... Ah. Löschen, okay. Ach du Heilige. Jetzt muss ich mir da irgendwas zusammensuchen. Ich bin's, Charles. Kann ich einen Punkt machen? Ich bin's, Charles. Alles löschen. Hallo. Ich hab was Hallo vergessen. Hallo. Ich bin's, Charles. Ich bin's. Ähm. Dachte, Dad kann das dich. Ein R. Erika, erstes S. Euer gerade geringstes Gesicht. Gott sei Dank. Gute Hallo hat hier, höre ich, ihr im Jahr. Äh. Okay, irgendwas mit Cathy auf jeden Fall. Und besuchen. Äh. Gibt's irgendwie eine Bitte, oder so? Also alles an und aus. Willkommen. Bin's, Charles. Da, 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 da. Oh. Um Gottes Willen. Gute Hallo. Boah. Gibt's ich? Ja, ich. Wollte. Das. Ähm. Gibt's denn das? Was? Ich wollte Cathy Rain. Moment. Vielleicht. Sollte? Gibt's sollte? Bitte. Sonst kann ich keinen richtigen Satz bilden. Oder soll. Will. Verdammt. Er ist da. Äh. 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 Okay. Ruf. Kathy. Rain. Rain. An. Äh. Sie. Oder sowas. Sie. 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 Vorbeikommen. Sie. Damit ist komm ich auch nicht weiter. Mal jetzt mal kurz löschen. I should probably greet my intended recipient first. Okay. Alles löschen. Leute. Ich hoffe es ist nicht zu langweilig. Es ist aber echt nicht so easy, ne? Ähm. Also hallo. Ähm. Wo ist das hallo jetzt wieder hin? Ich hätte nicht alles löschen sollen. Oh, ist das hallo? Äh. Hallo. Erika. Ich, äh. Ich, äh. Ich bin's. Charles. Was sagt sie jetzt? Ja, ja. Genau. Ich bin's. Charles. Äh. Bitte. Wo ist denn jetzt bitte hin? Äh. 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 Boah. Das ist. Uff. Wenn's untereinander stehen würde. Wobei es wäre auch nicht wirklich besser. Äh. Äh. Ruf. Kathy. Rain. An. Irgendwo ist das an? An. 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 Almost. Just a few more tweaks. Echt jetzt? Ah. Das macht sie dann selber. Okay. Puh. That should work. Und hallo, Erica. Ich bin's. Der trifft Kathy Rain an. Und sag ihr, was sie wissen will. Bis dann. Okay. Bin gespannt. Stimmnachricht wurde erfolglich. Exportiert. Exportiert. Puh. Also ich find das saucool, dass man sowas machen kann. Ich bin nur ein bisschen unter Druck, wenn ich, ähm, wenn ich's im Let's Play. Nicht in Ruhe. Das heißt nicht in Ruhe, aber ich will halt nicht ewig lang brauchen. So. Kombinieren. Okay. Mit Diktiergerät. Und kombinieren mit Telefon. Ich weiß nicht, ob das jetzt so... Ob es das automatisch macht. Hm. Okay. Dann, äh, höre ich mir das erstmal an. Nicht entnehmen. Untersuchen. Dass ich direkt in die Stelle springen kann. Ich habe die Forged Message bereit für Playback. Ach so. Okay. Na gut. Dann telefonieren wir jetzt mal. Rufen das Anwesen an. Vielleicht macht's die automatisch weg. Doch ich könnte theoretisch schon... ...ins Inventar. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. That combination makes no sense. Ernsthaft? Oh. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. Voll gut. Voll gut. Haben wir voll gut gemacht. Voll super. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hi, Erica. This is Kathy Rain. I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Und jetzt heißt es warten. Abwarten und Tee trinken. Na gut. Wahrscheinlich ruft sie sofort an. Oder auch nicht. Oh. Oh. Tja. Oh yeah. Yeah. Oh god. Soon you'll start stealing my clothes and then walk around and then pretending to be me. Who says I haven't done that already? Okay. I admit that's pretty funny. So anyway, how did things go with Dave? Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what? Oh, chill outie. It was just a tiny little thing. I just needed an excuse for the IT guy to come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why do you want to steal his password? It's a long story. Das stimmt. Und sehr schwer zu erklären. And then I used Mr. Wade's synthesized voice to craft this fake message, which I left on her answering machine. Now that's some out of the box thinking. Yep. Just might be silly enough to work. Yeah. Anyhow, feel free to keep using my computer. I need to do some homework anyway. Sounds good. I think I'll have another crack at analyzing the picture of the lights. Maybe I can find some clue as to where it was taken. Ah, danke. Für den Hinweis. Ach, wie süß. Ähm, wir haben ja sowieso das alles noch da drauf. Also habe ich da doch was übersehen. Einen Hinweis, wo es aufgenommen wurde. Ich meine, steht da nicht hinten irgendwas drauf einfach? Okay. Gibt's hier irgendwas Signifikantes? Vielleicht diese Blume? Könnte ja sein, dass das eine Blume ist. Ja. Genau, das dachte ich nämlich auch. Vielleicht ist nämlich eine ganz besondere, die es sonst eben... Irgendwas gibt's. Hm. Haben wir tatsächlich beim ersten Mal auch gedacht, als wir uns das angeschaut haben. Ich weiß nicht, warum ich's nicht gleich gedrückt hab. Oder nicht herangesoomt hab. Wahrscheinlich, weil ich mich mit den Lichtern einfach so zufrieden gegeben hab. Hm. Hey, eat. Come check this out. Hm? Wow. They're hypnotic. Looks like a will of the wisp. You know, the spirit of the forest. Now, that's just silly, Eileen. There has to be a more reasonable explanation for them. Was? There's nothing silly about forest spirits. You should talk to Meadow, my Wiccan friend. She's really opened my eyes about these sorta things. Ist es nicht deine christliche Pflicht, Leute wie sie als Heiden anzusehen? Ist das nicht dieselbe Meadow, die eine intime Beziehung mit dem Baum vor ihrem Wohnheim hatte? Was zum Teufel? Erst mit das? Ist das nicht deine christliche Pflicht, die Menschen wie sie als Heiden anzusehen? Oh, ich glaube, sie könnte mehr als Heiden anzusehen als du bist. Huh. Ich glaube, du hast ein Punkt. So, anyway. Ist da nichts, was ich zu helfen? Well, meine Seite der room ist ein bisschen messier. Es ist immer so. Haha. Ich spreche mit der Investigation, Silly. Das wird mir auch so Spaß machen. Die muss aber nicht auf dem Zimmer bleiben, nicht dass die andere anruft, genau wenn wir weg sind. Wahrscheinlich ruft sie genau jetzt an. Ne. Hey. Hey! Oder ist jetzt schon angerufen? So, any progress with the search? Yeah. I was able to identify that flower. It's called the Red Scythe, or Rosia Falcus. I discovered that there was a small nature reserve near Conwell Springs, which was established in 89. The Red Scythe is on their list of endangered plants. I made a photocopy of the botany book page in case you want it later. That's something. I should go check it out. Maybe I can narrow down the place where that picture was taken. And, uh, good work, Eileen. Happy to help! So, what... Voll süß. Oh, hang on. I'll go get that. Okidoki. Vielleicht kommen wir der Sache halt langsam so ein bisschen näher. Na gut. Dann bis morgen, Leute. Ciao! Oh! So! Untertitelung. BR 2018